Der tragische Grund, warum Loretta Young Clark Gables' Baby geheim hielt. Loretta Young war eine amerikanische Schauspielerin, die fast acht Jahrzehnte lang mit ihrer charmanten Präsenz die Leinwand zierte, bis sie schließlich 1994 in den Ruhestand ging. Sie wurde mit dem Namen Gretchen Young geboren, obwohl sich das später ändern sollte. Sie und ihre beiden Schwestern, Polly Ann und Elisabeth Jane, waren alle schon in jungen Jahren an der Schauspielerei beteiligt. Elisabeth Jane nahm später den Künstlernamen Sally Blaine an und war eine erfolgreiche Schauspielerin, die in über 100 Filmen auftrat. Polly Ann trat auch als Erwachsene auf, war aber nicht ganz so bekannt wie Elisabeth Jane. Loretta Young wurde jedoch gegenüber ihren Schwestern immer beliebter. Ihre erste Rolle als Schauspielerin hatte sie im Stummfilm Sweet Kitty Belle erst, als sie gerade einmal drei Jahre alt war. Danach spielte sie weiter in der High School, als sie von Manager John McCormick entdeckt wurde, der sie unter Vertrag nahm. John McCormick's Frau, Colleen Moore, war von ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt und schlug vor. Sie solle den Namen Loretta anstelle von Gretchen tragen. Das erste Mal, dass sie unter ihrem neuen Künstlernamen in Rechnung gestellt wurde, war 1928 in dem Film The Whip Woman. Loretta Young wurde bald zu einem Liebling des amerikanischen Films. Schon bald spielte sie mit einigen der damals beliebtesten männlichen Schauspielern zusammen. 1953 bekam sie sogar ihre eigene Fernsehsendung, die ursprünglich Letters to Loretta hieß. Der Name wurde schließlich in The Loretta Young Show geändert und lief bis 1961. Die Show war unglaublich erfolgreich und sie erhielt drei Emmy Awards für ihre Arbeit. Zuschauer und treue Fans waren immer wieder fassungslos von ihrer Anmut und Schönheit auf der Bühne. Während sie und ihre Schwestern alle schon in jungen Jahren mit der Schauspielerei begannen, scheint nur Loretta Young das wahre Talent eines Schauspielers zu haben. Insgesamt trat sie in 112 Filmen auf, darunter einige ihrer bekanntesten Filme wie Die Farmers Daughter, Come to the Stable, und Ramona. Die süße Loretta Young wurde von der Nation geliebt. Wann immer sie auf der Leinwand erschien, ließ sie die Schauspielerei einfach aussehen. Im wirklichen Leben war Loretta Young jedoch unglaublich besorgt. Hinter dieser lächelnden Fassade verbarg sie eine Tragödie, die so verheerend war, dass sie sie vor allen außer ihrer Tochter geheim hielt. Jahre nach ihrem Tod im Jahr 2000 wurde endlich die erschreckende Wahrheit ans Licht gebracht. Im heutigen Video werden wir den tragischen Grund enthüllen, warum Loretta Young ihr Baby mit Clark Gable geheim halten musste. Während der Dreharbeiten erfuhr Loretta Young, dass sie mit Clark Gables Kind schwanger war. Sie war absolut entsetzt über die Nachricht. Und sie wusste, dass sie ihrem Ruf und ihrer Karriere dauerhaft schaden würde, wenn sie bekannt würde. Sie wusste auch, dass sie zu einer Abtreibung gedrängt werden würde, wenn das Filmstudio von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Loretta Young war jedoch ihr ganzes Leben lang eine fromme Katholikin und glaubte fest daran, dass Abtreibung eine Sünde sei. Sie beriet sich mit ihrer Mutter und ihren Schwestern, die ihr halfen, einen Plan zu entwickeln, um die Schwangerschaft vor dem Rest der Welt geheim zu halten. Als Young die späten Stadien der Schwangerschaft erreichte und ihren Zustand nicht länger verbergen konnte, machte sie Urlaub in England. Sie kehrte nach einiger Zeit nach Kalifornien zurück, bestand jedoch darauf, dass sie an einer chronischen Krankheit erkrankt sei. Dies half ihr, ihre Schwangerschaft zu verbergen, bis sie schließlich am 6. November 1935 ein Kind zur Welt brachte. Sie gebar eine wunderschöne Tochter namens Judith, nach Sankt Judas, dem Schutzpatron der schwierigen Situationen. Doch nur wenige Wochen nach ihrer Geburt gab Loretta Young sie in ein Waisenhaus. Die junge Judith wurde bis 19 Monate nach ihrer Geburt durch verschiedene Waisenhäuser geführt, als Loretta Young Judith, adoptierte. Es war ein brillanter Plan, der es ihr ermöglichte, ihre Tochter zu behalten, ohne Verdacht zu erregen. Es gab jedoch noch ein weiteres schreckliches Geheimnis über ihre Tochter, dass erst Jahre nach Loretta Youngs Tod enthüllt werden sollte. Während Loretta Youngs geheimer Plan theoretisch luftdicht war, funktionierte er in der Praxis nicht so gut. Die junge Judith ähnelte stark ihren beiden leiblichen Eltern. Und es dauerte nicht lange, bis ganz Hollywood die Wahrheit erraten hatte. Trotzdem bewahrte Loretta den Schein und weigerte sich, die Wahrheit zuzugeben, zumindest für eine Weile. Erst als Judith 31 Jahre alt war, stellte sie ihrer Mutter endlich Fragen. Loretta erklärte ausführlich die Situation. Loretta gab die Situation auch gegenüber Joan Wester Anderson zu, die ihre autorisierte Biografie schrieb. Dies tat sie jedoch nur unter der Bedingung, dass das Buch nach ihrem Tod veröffentlicht würde. Loretta enthüllte ihrer Tochter jedoch ein weiteres Geheimnis. Beim Ansehen von Larry King live lernte Loretta Young das Konzept der Vergewaltigung bei einem Date kennen. Lange Zeit war der Jugend beigebracht worden, dass Frauen die Annäherungsversuche eines Mannes ablehnen sollten. Wenn sie keinen Erfolg hatte, glaubte Young, dass es die Schuld der Frau war. Erst als sie die Show sah, wurde Young endlich klar, dass sie nicht schuld an dem war, was ihr passiert war. Sie vertraute ihrer Tochter an, dass sie, obwohl sie sich mit Clark Gable verabredet hatte, keine Lust hatte, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben. Clark hörte ihr jedoch nicht zu und Loretta Young wurde auf tragische Weise vergewaltigt. Was Clark Gable der armen Loretta Young angetan hat, war schrecklich. Aber sie war glücklicherweise in der Lage, ihre Kämpfe zu überwinden und viele andere großartige Dinge in ihrem Leben zu erreichen. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos dabei. Denn wir werden all das Gute enthüllen, das Loretta Young auch nach ihrer Pensionierung erreicht hat. Und wenn dir dieses Video bisher gefällt, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um das Video zu liken und unseren Kanal für mehr zu abonnieren. Mitte der 1950er Jahre arbeitete Loretta Young so hart an ihrer Show, dass sich dies dramatisch auf ihre Gesundheit auswirkte. Sie ließ die Produzenten eine Reihe von Gastmoderatoren und Stas einbeziehen, damit sie nicht so viel Zeit mit den Dreharbeiten verbringen musste. Dadurch konnte sie sich mehr auf ihre Gesundheit konzentrieren. In den 1980er Jahren entdeckte Loretta Young jedoch, dass sie ziemlich untergewichtig war. Sie hörte schließlich mit dem Rauchen auf, was sie seit ihrem achten Lebensjahr getan hatte. Das Aufhören half ihr, ein gesundes Gewicht zurückzugewinnen. Doch die schlimmsten ihrer gesundheitlichen Probleme standen ihr noch bevor. Loretta Young ging in den 1960er Jahren offiziell in den Ruhestand. Obwohl sie für einige Fernseh- und Filmauftritte kurzzeitig aus dem Ruhestand kam. Während ihrer Pensionierung war Loretta Young jedoch nicht untätig. Ihrem katholischen Glauben immer noch sehr nahe. War sie in der Kirche aktiv und spendete zusammen mit ihren engen Freundinnen Irene Dann, Rosa Lind-Russell und Jane Wyman an viele katholische Wohltätigkeitsorganisationen. Leider wurde bei ihr gegen Ende ihres Lebens Eierstockkrebs diagnostiziert. Sie starb am 12. August 2000 und ihre Asche wurde im Grab ihrer Mutter beigesetzt. Loretta Young war in ihrem Leben mit vielen Widrigkeiten konfrontiert. Aber ihr harter Geist erlaubte ihr, durchzuhalten. Hältst du es für eine gute Idee von Loretta Young, ihre Tochter geheim zu halten? Oder findest du, sie hätte sich nicht all die Mühe machen sollen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr zu erfahren. Lass es uns unten in den Kommentaren sehen, unseren Kanal zu abonnieren.